Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es dann wieder neue Highlights und zwar vom Solo-Plattform-Cup. Es gibt nämlich endlich wieder neue Turniere, die jetzt glaube ich bis Anfang Februar angekündigt sind. Drei Wochen lang oder so auf jeden Fall die Cash-Cups auch und dann eben halt noch die ganzen Hype-Nights. Wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich schon auf Twitch streamen, das heißt checkt gerne in der ersten Videobeschreibung aus. Heute gibt es die Hype-Night, die Solo-Hype-Night. Das werden wir dann im Stream zocken. Dann lasst dort gerne ein Follow da. Außerdem hier auf dem YouTube-Kanal könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Und ich habe jetzt nur in das Highlight-Video drei Runden reingeschnitten, weil in den restlichen Runden so oder so nichts passiert ist und ich nur jede Runde gestorben bin. Deshalb seht ihr nur die Runden. Ich werde mal hier eine Abstimmung machen, ob ich das weiterhin oder ab jetzt immer so machen soll oder ob ich nur die guten Runden reinschneiden soll oder einfach alle drin lassen soll. Stimmt da gerne mal ab und jetzt viel Spaß mit dem Video. An den Typen pushen. An den Typen pushen. Das ist ganz unten. Eine muss noch sterben. Come on. Jawoll. Zwei Punkte nochmal. Top 15. Sehr schön. Mein Kill. Das ist ganz unten. Ich schnau den. Das war's für heute. Ich kann schnell reingehen und es mitnehmen. Hier kann ich easy rotaten. Jawohl. Ich kann schnell reingehen. Oh shit. Der geht da rüber. Ice Top 25. Aber noch gerade so rechtzeitig. Kann ich mal nachher vorbeischauen? Kuss für dein Abo. Äh, Follow. Lul. Ich denke, ich habe 199 Abonnenten auf YouTube, ne? Nein. Oh mein Gott, das ist mir leid. Hm? Das ist mir leid. Jawohl. Oh, ich kann mich easy hier und hier. 18 Punkte. Ein Kill die Runde. Und wieder richtig. Oh, der hat so geil viele Mads. Ich habe Perfektion. Oh, der hat so geil good. Und wieder von der war. Und wieder von der war. Und wieder von der war. Tipps, Tricks, Challenges in den Start. Tipps, Tricks. Bruder, musst du. Tipps vielleicht so ein bisschen bei den Challenges. Oh, jawohl. Was ist? Noch ein Kill. Nice. Komm mal, wie viele Kills ist. Nein, er wurde mir abgestaubt. Placement? Top 5. Was hier? Ja. Nice. Komm. Ich bin down. Ja.